Musik Was geht ab meine Freunde und willkommen zu einem neuen Update Breakdown Video Erstmal wieder Montag, das heißt die News für das morgige Update wurden angeteast Und wir schauen uns an was morgen im Update alles so droppen wird Zunächst einmal die Maintenance geht eine halbe Stunde länger als wie gewohnt Das heißt wieder bis 10 Uhr, dazu einfach nur auf dem Schirm haben Und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt über, nämlich den wichtigsten, der neue Hero der droppen wird Leute Wie viele bereits spekuliert haben, morgen wird Easton droppen Allerdings nur ihre Blue Version, das vorweg Leute, in dem Step Up Banner Das heißt für 242 Dias bekommt man sie garantiert Ob man hier zammeln sollte, ja oder nein und wie gut Easton ist Werden wir am Ende des Videos, am Anschluss nach den Update News klären Leute Also bleibt dran, dazu werde ich nochmal ein paar Pros und Cons aufzählen So nächstes Event, ein richtig gutes Growth Event Leute, denn wir bekommen überdurchschnittlich viele SSR Pendants Feier ich mega, denn aktuell bin ich etwas broke was Pendants angeht Deswegen die sieben Stück nehme ich auf jeden Fall mit Costumes natürlich, neuer Char, Easton Water Goddess Costume wird available sein Das ist dann wahrscheinlich das, was man kaufen kann für Real Money und dann auf Long Term Nach den zwei Wochen einzeln, ongoing kaufen kann Allerdings Leute, gibt es noch alternativ im Purinpu Event Exchange Shop Ein komplettes Costumeset OR für Easton, was man sich ertauschen kann Das war auch wirklich so der Indiz dafür, nämlich dieser vierte Reiter in diesem Town Shop mit den Fragezeichen Genauso die Parallelen zu diesem Event, was wir vor zwei Wochen hatten mit Mono Da war es auch erst Fragezeichen, dann wurde Mono gedroppt und man bekam für sie Costumes Genau dasselbe hat man mit Easton erwartet und siehe da, Easton ist gedroppt Bob, Fragezeichen weg, Costumes für Easton am Start Ja, es bestand zwar noch eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass Zeldris hätte droppen können Allerdings war man sich eigentlich sehr sehr sicher, dass Easton kommt Und wie gesagt, heute kam die Bestätigung Auf jeden Fall mitnehmen Leute, denn Free Costumes lässt man sich nicht gerne entgehen Nächster Punkt Salvage Rate Up Event ist back Okay, also für diejenigen, die noch ein paar SSR Gears übrig haben zum Verwerten bei Diana Und das Gold natürlich dafür, jetzt könnt ihr wieder mit erhöhter Super und Ultra Success Rate bei Diana alles verwerten Und der nächste Punkt, Nightmare Difficulty in Battle Events Das ist schon mal sehr sehr nice, denn das bringt so einen kleinen Schwierigkeitsgrad mit sich Wo ich sage, ja das hat schon ein bisschen in sich und bringt auch ein bisschen mehr Spaß in die Sache Denn Battle Events, ja, nimmt man mit, lässt man schnell auf Auto durchlaufen Sei es drum Wenn ihr alle Stages geschafft habt auf Normal Dann geht ihr hier oben rechts, ist rot markiert, schon mal auf Change Und dann kommt ihr in die Übersicht für die Nightmare Difficulties Und da könnt ihr nochmal alle Stages auf einem definitiv höheren Schwierigkeitsgrad durchlaufen Leute, bin mal gespannt wie das Ganze wird Wie schwer das Ganze werden sollte Also die CC Anforderungen werden deutlich in die Höhe steigen Und denke ich mal, die Schwierigkeitsgrad ebenso Soviel dazu Leute Und natürlich gibt es auch neue Missionen und Achievements Zusätzlich dadurch, dass man dann zwei komplette, ja, Runs Hier rechts und links auf den verschiedenen Schwierigkeitsstufen machen kann Nächster Punkt, Draw Pool Edition Wen bekommen wir denn dazu? Ah, natürlich den Blue Arthur Den die meisten, denke ich mal, garantiert bekommen haben Jetzt hat man perspektivisch die Möglichkeit, ihn weiterzuziehen Also ein paar Dupes dafür Im Part 2 garantiert im Part 2 Pool, genau Und im Hero Race Draw 1 Da wird er enthalten sein, Leute Soviel dazu Neuer Char, das heißt Engravings OR-Gear für Easton am Start Ähm, Frigia, ähm Falls ich den jetzt richtig ausgesprochen habe Ich sehe die Roast schon kommen Sei es drum Ähm, werden OR-Gear bekommen Easton perspektivisch wirklich etwas Mit dem man sich auseinandersetzen sollte Aktuell allerdings nicht so wirklich Gehe ich gleich nochmal drauf ein Enden die Events und Bundles Leute, man kennt es Wichtig ist Benutzt eure Halbanniversary EVE-Draw-Tickets Also mit dem Banner vor Los Weimiliolas Ähm, mit Arthur Weil sonst werden die Tickets einfach verkauft Für 100k Gold Also, einfach machen So, dann gab es einen Fix Bei einem Bug Mit Kettenmilios mit seinem Counter Long Range, Short Range War mir nicht bewusst Allerdings wurde das jetzt gefixt Okay Soviel dazu Wichtiger Punkt, denke ich mal auf für die meisten Leute, der Code für die Box Lautet diese Woche Nights Hier habt ihr einmal eine Übersicht Für alle Sachen Festival Lost Weimili Assassin Thanks Nights Nights aktuell heute Und da bekommen wir einmal den Nunchako-Bahn drin Ähm, ja Womit ich ihn eigentlich auf 6-6 machen könnte Allerdings noch im Überlegen bin Muss ich mal schauen, ob ich das mache Auf jeden Fall Der Code ist Nights So, und jetzt gehen wir auch mal Zur Analyse von Easton über Und zur Empfehlung Pullen, ja oder nein Erstmal wurde sie bereits auf der SDG-Database-Seite In A-Tier gerankt Und da würde ich sie persönlich auch wirklich Einrenken Ähm, ob jetzt Ja, Top, Mid oder Low-Aid hier Sei es drum Auf jeden Fall ist sie halt ein vernünftiger Und guter Char Den man auch perspektivisch gerne hat Was macht sie so gut? Unter anderem Ist sie ein Von der primären Rolle her Ein Blue-Type-Supporter Ihre Passive macht sie etwas tankiger Ähm, denn sie increase ihre Basic-Sets um 5% Pro Buff auf den Allies und Enemies Und das bis zu 5 Mal Also plus 25% Basic-Sets Ist schon mal sehr, sehr nice Ihr erstes Skill Crit-Damage mit einem vernünftigen Multiplier Aoe gesehen mit 350% Sehr, sehr cool Also nimmt man auf jeden Fall mit Ihre Basic-Stats Und das gepaart mit den Buffs und mit ihrer Ult Crit-Damage um 140% Crit-Chance um 25% Die Chance relativ niedrig Aber der Damage umso höher Vernünftige Stats, Leute Also sehr, sehr gut Den Tanki-Build Kann man auf jeden Fall machen Sehr guter Supporter Vor allem, wenn man zum Red Demon mitgeht Leute, sie bufft halt Wir haben aktuell keinen guten Blue-Buffer Deswegen ist sie für den Red Demon Absolut perfekt Vor allem für die Hellstufe Und generell ist sie eigentlich Der beste Supporter im Spiel Nochmal deutlich eine Stufe höher Als Green Hellbram Den nimmt man halt einfach nur mit Weil man es teilweise muss Und nicht, weil man es gerne möchte Sie ist ein Char Ja, den möchte man eigentlich schon Ganz gern perspektivisch Also, guter Supporter Punkt 1 Punkt 2 Für die Demons Sehr, sehr gut Und Punkt 3 Ihre UR-Costumes Für Ihre spätere Version Für die Green Version Die extremst Strongest, Leute Die ist richtig gut Deutlich, deutlich besser Als ihre Blue Version Allerdings Ist die Blue Version Trotzdem immer noch ganz gut Die Costumes dafür Nimmt man allerdings perspektivisch Schon mal gerne mit Soviel zu den Pro-Argumenten Die Kontra-Argumente Ja Also, wie schon erwähnt Ist die schlechtere Version Allerdings hat sie auch Anderen Nutzen Als ihre Green Version Die primär Damage macht Und zum Control dient Und sie Zum Supporten Soviel dazu Die Costumes Ja, die Costumes Hab ich mir aufgeschrieben Und zwar diesmal nicht Ihre Costumes Sondern die Costumes Die man sich perspektivisch Jetzt holen sollte Denn Viele von euch Denk ich mal Haben in dem Valentines Und New Year Banner Gedraht Also für den aktuellen Adventures Mit Saneri Guter Char Auf jeden Fall Allerdings Kein Must-Have Aktuell In unserer Lage Definitiv Kein Must-Have Weil wofür braucht man sie Wie gesagt Für die Demons Und einfach Um besseren Supporter zu haben Als Green Hellbram Allerdings kommt sie Legenswurm Wirklich krass Zum Zuge Aktuell Deswegen würde ich Generell Free2Play Spielern Raten Macht vielleicht Ein Pull Es Halt ein Step-Up Banner mit 242 Dias Wo man sie danach Garantiert bekommt Vielleicht ein Pull Machen Und das war es dann auch Oder die ersten zwei Am besten Weil da bekommt man Für zwei Multis Für 31 Dias Das kann man schon Definitiv machen Ansonsten Die Dias Besser investieren In die Costumes Für die Event Shots Die man jetzt gezogen hat Für Lost Vami Miliodas Für die Costumes Den man eventuell gezogen hat Oder man spart jetzt Wirklich Hardcore Auf das nächste Festival Banner Was ich generell Free2Play Spielern Immer raten würde Denn das ist die sicherste Und beste Methode Um viele Und richtig gute Charts Zu bekommen Und das nächste Festival Banner Wird aller Voraussicht nach Dezember droppen Rund um Weihnachten Da bin ich mir sehr sehr sicher Deswegen habt ihr jetzt noch Über Knapp über zwei Monate Zeit Eure 900 Dias Zusammen zu sparen Also wenn man es auch Rein rechnerisch betrachtet Kriegt man die 900 Dias Easy zusammen Als Free2Play Spiele Und alles was darüber hinaus geht Kann man halt Entweder verrollen In einem Banner Wo man sich persönlich sagt Ah will ich unbedingt Oder halt in Costumes investiert Um seine Kampfkraft zu pushen Oder die Effekte Für die neuen Event Shars Freizuschalten Soviel dazu Leute Das war das Statement Zu Easton Also Pullen Ja oder Nein Tendenz Daringehend eher Nein Weil nicht unbedingt Muss Soviel dazu Und ich wünsche euch Hiermit Einen guten Start In die Woche Leute Morgen um 19 Uhr Bin ich wieder live Auf Twitch am Start Dann gehen wir das Update mal durch Und gucken Was man vielleicht In den ersten 1-2 Pulls Ziehen wird Mal schauen Und in diesem Sinne Leute See you next time Bis zum nächsten Mal